Ja, hallo, da ist wieder die Ruth Achillier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Heute, wenn du mehr wissen willst, wie das eben so ist, Männer und Frauen in der Arbeitswelt oder in einer Beziehung, Dauerstress oder Bereicherung, dann bleib jetzt. Eine einfache Erklärung. Die Männer sind mehr so eingeteilt in kleine Schachtern, ganz viele, die gibt es überall. Und die Regel lautet, die berühren sich nicht. Bei den Frauen ist das ein bisschen anders. Erst, die haben so wie endlose Verbindungen, so wie im ganzen Haus, alle Kabel und alle Funkantennen und alles zusammen. Und das muss dann harmonieren. Was einfacher ist und was schwieriger ist. Das ist eine Ansichtssache und wie man das eben auslebt. Wenn ihr gerne ein bisschen mehr miteinander besser umgehen möchtet im Betrieb, sei das im Team, sei das in der ganzen Firma, sei das in der Beziehung, ist eine ganz gute Geschichte euch so eine Access-Bars-Behandlung, weil die öffnet euch alle Möglichkeiten zu verstehen, bewusst zu werden. Und es wertet nicht mehr. Diesen Kurs gibt es selbstverständlich auch für Firmen, für dein Team, für alles. Oder dann ganz klar einen mehrtägigen Kurs, wo man lernt, Männer und Frauen in der Arbeitswelt, Dauerstress oder Bereicherung. Und wenn du jetzt es nicht zulassen kannst, dass du verstehen kannst, dass zwei verschiedene Verpackungen nicht zwei gleiche Inhalte haben können, in mehr Zahl, möchtest du das gerne zerstören und umkreieren? Loslassen für alle Zeiten? Ja? Und sonst, wir sehen uns an einem Kurs. Unten stehen alle Informationen. Da kannst du dich melden und ich komme sehr gerne vorbei und zeige mal, wie das so ist, wenn man so die ungezähmte Frau spielen darf. Okay, ich wünsche dir was und bis bald wieder. Tschüss!